Herzlich willkommen zum LoudWare Online Festival. Heute ist LoudWare Online Festival und das Festival ist Teil der Mensch-wie-du-Kampagne, Awareness-Kampagne für Menschen mit seltenen Erkrankungen und die funktioniert auch nur und kann nur funktionieren, weil wir tolle Unterstützer und Sponsoren haben. Zwei davon habe ich heute da von Biogen. Stellt euch mal kurz vor, wer bist du denn? Ich bin die Stefanie Kmitt und ich bin bei Biogen für den Bereich der Zusammenarbeit mit Patienten und Patientenorganisationen verantwortlich. Genau, ich bin die Teresa, ich leite das Patient Services Team. Wir machen alles an Support und Unterstützung für Menschen mit seltenen, aber auch mit neurologischen Erkrankungen und wir dürfen ganz viel in den Austausch auch gehen und zuhören, was denn wichtig ist. Ihr seid Sponsoren der ersten Stunde, ihr seid zum zweiten Mal dabei, ihr seid Hauptsponsor, deswegen ist auch das Logo so groß. Warum macht ihr mit, warum unterstützt ihr die Kampagne? Also im Schnitt dauert es immer noch fast sechs Jahre, bis Menschen mit seltenen Erkrankungen eine Diagnose bekommen und dann hoffentlich auch eine Therapie und es ist einfach zu lange. Deswegen müssen wir zusammen laut werden, damit sich das ändert und hoffentlich in Zukunft die Ärzte schneller auf die Idee kommen, dass es sich auch um eine seltene Erkrankung handeln könnte. Make some noise. Ihr seid von Anfang an, wie gesagt, dabei. Ihr habt einiges erlebt mit uns und mit den Betroffenen. Was war so dein spezieller Wie-Du-Moment in der ganzen Zeit? Der Wie-Du-Moment, bei dem ich mir gedacht habe, ja, Wie-Du stimmt, wir haben alle dieselben Themen im Leben, war als Dina Ne heute Vormittag erzählt hat. Wenn man auf die Welt kommt, strahlt man ganz hell und dann legen sich immer so Schichten über einen drüber und dass wir doch alle gemeinsam versuchen sollten, diese Schichten wieder runterzunehmen, die uns so das Licht nehmen. Und das fände ich ein sehr schönes Bild und das hat mich persönlich auch wirklich sehr angesprochen im Herzen. Das ist ein schöner Moment. Ich möchte euch, möchte mich wirklich bei euch bedanken, dass ihr Teil der Loudware Family seid und freue mich auf alles, was wir noch gemeinsam miteinander machen. Danke. Danke. Gerne, danke.